Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Baldur's Gate 3. Wir sind mit der Fiona hier unterwegs, die wo ein Mietling ist, wo wir angeheuert haben. Wir gucken mal, ob wir jetzt hier ein bisschen mit der Trophy vorankommen, dass wir hier spielen und Münzen dadurch verdienen. Gucken, ob wir es in Klingen. Auftreten, Fehlgeschlagen. Untertitelung des ZDF, 2020 Interviews, Politik, Gossip, all of it gets in that bloody Baldur's mouth rag, except what the people actually want in a board sheet. Puzzles. I see it, sweetie. Oh, stand up. You're so much here. Bigger! 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 Make him bigger! Experkkеньter, Aufbau des ZDF, 2020 Lacken, gut! Das ist doch egal, worum ist das Auftreten eigentlich viel geschlagen das ist doch scheiße ist das uns ehrlich ganz kurz gucken fertigkeiten ich habe auftreten auf 13 ich habe das auf fucking 13 und ich verkackt trotzdem damit ich habe mir schon wieder total blöd vor ohne scheiß das ist manchmal echt komplett lächerlich jetzt machen wir ein neues bitte lass es jetzt erfolgreich sein erfolgreich weil das sind es viele gut es genau es mehr es ja ja Untertitelung. BR 2018 Dankeschön. Danke, danke, danke. Jetzt wirft mal was her. Bisschen Kohle, Alter. Oh, das muss man ein paar Mal machen, ne? Das sind auch viele Leute. Gut, auftreten, fehlgeschlagen, kann man es direkt vergessen. Hm. Oh, nochmal hier fürs Zubun, ne? Oh, come on, look. Es ist so, so pretty. Wie hieß diese Dorfchen nochmal? Ja, einfach nur Straßenmusikant. Das ist okay. Das war's für heute. Oh, mein Gott. Das war's für heute. Ich werde um ein bisschen Kohle, das wäre sehr nett. Dankeschön. Also hier haben wir jetzt auf jeden Fall soweit alles fertig in der ersten Mauer hier. Alles erledigt. Ja, genau. Ach, das Spiel hängt schon wieder, ne? Die Begleiter kommen schon wieder nicht hinterher. Besten Glamour neu laden. Das ist jetzt das Problem. Oh ja, ich habe schon draufgedrückt auf die Türe, die geht nicht auf. Jetzt geht's erst auf. Ich speichere mal kurz. Das ist auf jeden Fall ein neuer Bug. Das war zuvor nicht, wenn sie mit irgendeinem Patch ist, ist das reingekommen, der Fehler. Diese Verzögerung, wo man hat. Das ist auf jeden Fall etwas Neues. Und was ziemlich nervig ist. Das ist auf jeden Fall etwas Neues. Die Ladezeiten sind natürlich wieder um Point. Okay, mal gucken, ob vielleicht funktioniert das wieder alles. Hoffnung, es mal. Ne, ist immer noch ein bisschen verzögert. Ist immer noch nicht gut. Auf jeden Fall mal hier das nächste Leichenteil von den Schnippels. Alter. Also ich sage euch ganz ehrlich, im nächsten Blade True werde ich einen Barton spielen. Da werde ich einen Barton spielen. Ich werde wirklich ein Full-Bartel. Ja doch, ich glaube, ich mache wirklich einen Bartel. Das ist wieder so schwierig, ne? Dann kommen wieder andere Ideen. Dann könnte man sich dann noch denken, vielleicht doch das oder das. Dann dies und das. Dann könnte man das und das kombinieren. Und dann ist man wieder ganz schnell in dieser Spirale drin. Wo man dann nur wieder eine Menge Sachen hat, wo es eher ein Schwerfeld sich zu entscheiden. Das Problem ist, ich habe bisher wirklich eigentlich nur Paladin gespielt. Weil es die einzige Klasse war, die ich wirklich bis jetzt... Also gut, Paladin und Mönch. Ich muss sagen, wir spielen ja auch jetzt richtig Mönch mit Shadowheart. Und Mönch ist fucking overpowered. Also die Shadowheart, die wird auf jeden Fall auch weiterhin Mönch bleiben. Auch in den nächsten Blade True, das passt viel besser zu ihr. Wie Kleriker. Viel besser passt das zu ihr. Also dieses Mönch-Dinghalter, das haut ja so rein. Mal gucken, also ich denke, eh wieder Bade, denke ich. Ja doch. Bade, ich habe halt überlegt, vielleicht sollten wir mal vielleicht irgendwie, was weiß ich, einen Hexenmeister oder sowas probieren. Das habe ich bei Tyron gesehen, aber das ist eigentlich nicht so meins. Ich werde mir das überlegen, aber das sind halt so die Klassen, so... Auch bei Gale jetzt, aber wenn ich das so sehe, das sind so Zauberzeug und Beschwörung und sowas. Das ist halt einfach nicht so mein Spielstil. Ich mag das hier so. Babar, der Mönch, Paladin, Kämpfer, Babar und sowas. Das sind die... Jacques-Güsel. Schurke, Waldläufer, auch noch super. Vielleicht mache ich auch richtig so... Wobei, Waldläufer lohnt sich nicht. Weil Waldläufer und Schurke haben wir immer mit Asterion. Also logisch wäre wirklich ein Full-Bard zu machen. Oder Bart-In halt, in dem Fall. Mal gucken. Ich glaube... Er doch, ich denke, ich werde dann wieder eine Bart-In machen. Weiblicher Charakter. Wir hatten jetzt schon Tev, den ersten, und dann Eragon hatten wir. Jetzt haben wir hier, Luciana. Und wie hieß meine andere? Warte, was kann ich mal kurz gucken? Ich habe hier meinen Charakter und live... Wie habe ich die genannt? Galandriel habe ich sie genannt. Genau. Das ist hier der Play-True, wo ich mit Tyron bin. Das ist auch noch nicht fertig. Das sind wir auch schon bei der Gieserei der Stallwache. Da müssen wir noch ein bisschen spielen. Und dann kriegen wir hier noch die Trophäe. Da unten steht es auch. Schwierigkeit, Taktiker sind wir. Ich kann hier alles durchgehen. Die ganzen Speicherplätze, alles auf Taktiker gespielt. Da ist aber gar kein Speicherstand mehr, wo wir... Doch, hier ist einer, aus der Hoffnung. Kurz vor dem Boss-Fight. Also die ist auch noch nicht ganz fertig. Und hier haben wir ja unseren Tev, unser erster Charakter. Eragon, unser zweiter. Ja, und dann halt unser dritter, Luciana und Galandriel. Also insgesamt schon vier Play-Trues. Die zwei sind auch schon fast zu Ende. Und der nächste, in der nächsten Staffel wird dann schon der fünfte Play-True. Wenn ich mich dann nochmal da ranhocken will. Das ist echt crazy. So, wir müssten jetzt so... Zwei, drei, vier, fünf Körperteile. Zwei fehlen noch. Ohne, das sagt das, glaube ich, das Spiel auch, ne? Der Kopf fehlt auf jeden Fall noch. Der Kopf fehlt noch. Torso, Narrenbecken. Die Hand haben wir auch schon. Narrenbein. Das Bein, ich glaube, mit dem Fuß oder so, will ich noch, ne? Und auf jeden Fall der Kopf. Der Kopf fehlt auf jeden Fall noch. Dann mach mal ne Feud schon im Park hier, oder? Alter. Der, warum springt denn die da nicht hoch, Alter? What the fuck? Ne, es passiert nichts. Weil ich zu nur an der Mauer bin, oder was? Ne, sie springt nicht. Ne, die will doch nicht hoch springen. Sie will auch generell gerade nicht springen. Das ist gerade schon wieder irgendwie buggy. What the fuck? Bitte, Larren Studios, fix das. Das ist gerade echt nervig. Passiert aber gerade auch nur im dritten Akt. Nach dem zweiten hatten wir dann wieder nichts. Oder am ersten. Das ist echt fucking nervig. Das ist echt fucking nervig. Ja, das ist total verbuggt. Alles verzögert ohne Ende. Ich kotze hier gleich, wirklich. Im Strahl. Ich bin nicht mit jemandem in der Bühne zu sprechen. Ich bin nicht mit jemandem in der Bühne zu sprechen. Ich kann nicht afforden zu stehen. Ich bin nicht mit jemandem in der Bühne zu sprechen. Wir werden uns in der Bühne zu sprechen. Wir werden uns in der Bühne zu sprechen. Aber Sie sind nicht der Bühne für unsere Slauter. Es scheint, Sie haben gewonnen Lady Orren's favor. Ich diene nur mir selbst. Ich schließe mich euch nicht an. Try it, motherfucker. Ich bin nicht mit jemandem in der Bühne zu sprechen. Ich habe mich nicht mit jemandem in der Bühne zu sprechen. Ich habe mich nicht mit jemandem in der Bühne zu sprechen. Ich bin nicht mit jemandem in der Bühne zu sprechen. Ja, Starveum wurde direkt gefunden. Das ist total lächerlich, Dinger. Das ist ja so lächerlich, wie auf die Schmürze schlafen können. Ich bin nicht mit jemandem in einer Bühne zu sprechen. Ich habe die Jungs und ich habe dich in der Bühne zu sprechen. Ich bin nicht mit jemandem in der Bühne zu sprechen. Was ist das? What now? Natürlich. Was hat die für eine Geschicklichkeit? 20. Der 20er Geschicklichkeit. Da wird gar nicht lange rumgemacht. Was machen eigentlich diese Bürger? Warum rennen die hier zu uns hin in den Kampf? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Das ist echt auch eine Lieblingsfehlung. Ja, 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 ja. Let's do this! No choice but to keep going. No choice but to keep going. No choice but to keep going. Quick! This mind is more fragile. Listen now! Let's do this! Time! This mind cannot bear us! It turns to liquid! Listen! Just listen! We learn! We grow! Loosen our clumsy bindings! Aid us! Necromancer dead! Changeling and tyrant remain at odds! Kill them! You have a place in my grand design! The elder brain was working her like a damn string puppet! What else is it capable of? What? What? What happened? How do I taste? Holy mooooy! Holy mooooy! What? 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 Es wird schon wieder rumliegen, schon eine Verzögerung, ich hab längst am schloss klacken gedrückt, schaut euch die Verzögerung an, jetzt macht es es erst, alter, das geht ja mal gar nicht De fackte ich gar nicht Ich habe nicht gesehen, wie das in einem Zeitraum gesehen haben. Die Cultists sind so glücklich, sie waren auf der anderen Seite. Ich weiß, dass es sehr interessant ist. Ich habe viel auf meine Meinung und, äh, in es. Ich habe nicht gewusst, dass ich in mehr Interessante Zeiten leben kann. was zur hölle ist mit dem spiel los ist jetzt passiert ach das ist unsere freundin hier wieder aus den moon restauern Ja, aber du gehst ja. Ja, und du schmeißt den Ort mit Ducks. Oh, mein Silke! Was sind die Chance? Es ist du. Und ich... ... der Hörschlösser. Ever seit unserer letzte Liaison, ... ich kann dich nicht aus meiner Meinung. Noch habe ich. No matter how hard I try. Forgive the mess, ... your blood is far more volatile than I'd anticipated. Ist alles in Ordnung? Never better. Don't mind the mess. I've been doing fascinating things with your blood sample. Vielleicht solltet ihr sie nicht machen, sonst bringt die euch nur rum. Der Grand Matriarch hat keine Wahl, sondern die Haus Oblodra, wenn ich meine Erfahrungen mache. Aber hör auf mich, wenn ich dich, der Prizbeleider, auf meiner sehr Türkei stehe. Wenn du in die Inhalte kam, könnten wir etwas viel spannenderer als Drow-Politik sprechen. Sof, das ist noch schön. Ah, ein schönes Ort, ist es nicht? Diese vier Wallen haben größere Alchemische Triumphs als die Keep von Earn-Garth Durand. Und jetzt, dass du hier bist, die Krone-Jewel meiner Forschung ist bald zu befreundet. All du musst du machen ist, trinken Formula Gruner. Ich vertraue, dass du nicht vergessen hast, was passiert, als ich etwas trank habe, die sie gefordert hat. Diese Formulierung wird dir nichts mehr zu dir sein. Formulierung Gruner? Ja, die Formulierung von Arcu durch Fruag waren schreckliche Fehler. Aber Gruner... Gruner ist anders. Was macht dieses Formulier denn? Was macht dieses Formulier denn? nur in diesem Haus Wiens getrunken? Du hast den unglaublich, �ngільzieren Kraft in deinem Blood sich in einem ganzen Nuhansen aufbauen. Formulier Gruner wird diese Kraft in dir Also gut, hör damit. Schön auf Abstand geht, Leute. Oh, ja. Das klingt ja gewaltig. Das klingt ja gewaltig. Das klingt ja gewaltig. Abgemacht. Oh, das ist gut, Alter. Blutspringstoff. Das klingt ja gewaltig. Bis zum nächsten Mal. Oh, wir haben jetzt wirklich eine Resistenz gegen vorher. So. Hä? Ausreden. 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 Ich wollte doch jetzt mal gucken. Da wurde ich ja jetzt gerade unterbrochen. Eigenschaften nochmal. Instabiles Blut. Der Blut ist nun hochentzündlich und explodiert, wenn es mit Feuer in Kontakt bekommt. Oh Baby. Loras Haus. Und jetzt hier kommen wir noch, wenn wir Vandra gerettet haben. Ja und hier ist ja den Gordich seiner Eltern drüber. Ah, Sir, you've chosen a special day to visit the family home of Archduke Enver Gortash. We're celebrating our dear son's magnificent achievement with a special run of leather-soled shoes. Es ist mir eine Freude, die Mutter des Erzherzogs kennenzulernen. He's one and only. My buddy's made us proud, such humble beginnings. And look at him now. I've been crying happy tears all this ten day. What more could a mother want for her little boy? Your tadpoles squirms. These people are infected with the parasite. But something is off. You search her mind. But the psionic forces that control her are different. Split somehow. Your own consciousness slips into the gap. Help me. God help me. Envers ruined my mind. He's taken my body. I should have slammed the door in his base. But I let him in and he ran. Some kind of worm in our eyes. I'm here. But I can't speak. I can't act. I'm trapped. You can't leave me like this. You can't leave me in this hell. Warum hat euch Enver das angetan? Who said he wanted to make us powerless? Still bitter after all these years. But we did what was best for him. For all of us. We had debts. World ending debts. Trying to keep this cursed shop afloat. Dangerous lenders who said they'd bury us all if we didn't pay. Then a warlock offered us a pretty penny for Enver's service. He was a smart boy. Too smart. It was give him up. And all of us live or refuse and die. What choice did we have? I have this vielleicht nicht gewollt, but I have the monster erschaffen. He was always a little monster. Nasty to the core. He would have torn me in truth over apart with his whining, his demands, the never-ending racket of him. You may disagree, Enver did, but we don't deserve this, this torment. You're the first person who's heard the real me in months. I can't help you from your evil if you want. There has to be another way. I deserve to live again. I deserve my own life. We have to touch the level, the Madには and attack. We have to touch the evil and love. The Ned's plan. You cannot pull your eyes but of the defects. The connection has broken. My goodness, what are you doing? Oh, we'll get to touch the evil ones. Oh, we can touch the evil ones. Oh. I'll get to touch the evil ones. Oh, I have to touch the evil ones. Einfach unglaublich. Entschuldigung, abstreiten. Entschuldigung. 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 Oh, die zwei sind auf jeden Fall gelöst. 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 Warum juckt sie euch? Oh, die zwei sind auf jeden Fall gelöst. 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 Oh, so easy geht's. Oh, die zwei sind auf jeden Fall gelöst. Oh, die zwei sind auf jeden Fall gelöst. Oh, die zwei sind auf jeden Fall gelöst. Oh, okay. Oh, die zwei sind auf jeden Fall gelöst. Und der ist geliefert. Ich habe viel auf meinem Kopf, und in es, in es. Das war ein niedliches Schaf. Das ist etwas von uns. Das hat mit unserer alten Freundin Edel zu tun? Moment, ihr redet von Laura? Sie hat erzählt, ihre Tochter wäre in der errötenden Nixe verschwunden. Take whatever you need. I know it by heart anyway. I'm ready, whatever it takes. Okay. Wir wissen ja wo die Edel ist. Die werden wir erledigen. Ich mag die Elde nicht. Okay. Okay. Das war wirklich ausgesprochen dumm. Ihr habt alle ge... Alle gefördert. I won't make the same mistake again. I swear it. Die ist von der Hage. Die ist von der Hage. Fuckin' hell. Gut, dann machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zu den Haut rein. Euer Wolfgamer YouTube. Ciao.